Lustig! Mila Cyrus rasiert Jimmy den Vollbart ab. Mila Cyrus, 30, scheint wieder fröhlich zu sein. Der ehemalige Disney-Star durchlebt aktuell schwierige Zeiten. Ihre Eltern Tisch, 55, und Bilore Cyrus, 61, ließen sich erst vor wenigen Monaten scheiden. Nur kurze Zeit später hatte ihr Vater bereits mit der sehr viel jüngeren Viererose angewandelt, dieser hat er mittlerweile sogar einen Antrag gemacht. Die Sängerin brach daraufhin den Kontakt zu ihrem Vater ab und gestahnt, sich alleingelassen zu fühlen. Jetzt zeigte Mila sich allerdings wieder glücklich und zu scherzen aufgelegt. Die 30-Jährige trat in der City Night Show von Jimmy Fallon, 48, auf, um für ihre Silvesterparty zu werben. Dort griff die Rackingball-Interpretin kurzerhand zum Rasierer und trimmte dem Moderator den Bart. Sie scherzte, dass sie ihrer Patentante Dolly Parton, 76, welcher als Co-Moderatorin in der Show zum Jahreswechsel auftreten werde. Die ganze Zeit die Haare schneiden würde. Ich weiß nicht, wie du aussehen wirst, gab Mila allerdings zu. Erst vor wenigen Tagen hatte ein Insider verraten, wie sehr das Verhalten ihres Vaters der Hannah Montana Darstellerin zu schaffen mache. Mila war bereits schockiert und erschüttert, dass Belori und Faire Rose etwas miteinander haben. Jetzt, wo er dem Mädchen einen Ring an den Finger gesteckt hat, ist es jedoch wie ein Schlag in die Magengrube, hatte die Quelle berichtet.